Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Folge bei Kettle & Cops. Nach langem probieren und probieren ist es mir gelungen den Saatgut aus dem Trigger rauszukriegen aus dem Lager und zwar muss das Rohr genau der Saat erhalt sein kann jetzt war kein Lager erkennen normalerweise hat Lager ja vorderen Tank okay da hat er nicht gewollt aber hinten hat es ja geklappt irgendwann sei das von den Startsignal und die Menge das man rausnehmen konnte ja das hat funktioniert ein bisschen ist noch drin das werden wir sehen noch brauchen vermutlich ganz stark aber wie man sieht der Regen ist vorbei das heißt ich werde nicht schlafen ich werde heute durcharbeiten naja durcharbeiten nicht aber wie gesagt einfällt noch jeden fall noch heute anfangen und dann sehen weiter da ja Schauerwetter angesagt hat ist aber in Norden nichts außergewöhnliches also wenn jetzt extrem kalte Luft über das Meer kommt dann kann können sie da teilweise kräftige Schauer ausbilden normal im Frühling häufiger klar wenn Wasser noch recht kalt ist die Luft ist warm kommt aber selten vor was von Norden kommt weiß die Kühe Luft ne ja aber so das meistens am Mai ist das so wenn Luft recht warm ist und die es kommt eben auf dass da auch früh Schauer sind also das trifft schon zu kurze kräftige Schauer jetzt kommt jetzt schon mal vor ja hier sind einige Felder die wir alle noch kaufen könnten wenn wir Geld hätten müsste mal schauen aber Kredit Kredit ist so eine Sache also mal kurz reingucken F1 zwar Bank ein neuer Kredit Laufzeit drei Monate das ist das Problem Kreditgebühren klar ok also die monatliche Rate ist das Problem das heißt das heißt 36 Monate dann zahlen wir weniger so bei drei jahre 120.000 da müssten wir im Monat zahlen 3600 wir haben gerade mal jetzt aktuell 6000 noch was das haben wir dann alle und wenn der Kredit die Ernte kommt das wird nichts geht gar nicht der Zins 26.000 Kreditgebühren 3600 da kriegst du ja da muss ich ja fast 30.000 zahlen 10.000 für Kredit und hier 30.000 jetzt hat der Kurs schon 150.000 ne ja das funktioniert ne weil wir ja kein monatliches Einkommen haben wir haben ja keine möglichkeiten fix was auch zu verkaufen ist ja nicht da ist ja nicht möglich haben wir ja nichts wenn wir wir haben so keine Einnahmen also wir können ja nicht jetzt jeden Tag Einhänger oder jedem Ort Einhänger Getreide verkaufen ist ja nicht da so hier müssen wir aufpassen dass wir jetzt wieder alle starten ne erstmal unsere GPS einstellen das darf euch bis mehr links sein links ist andersrum ne möchte ich vermeiden dass wir hier irgendwo noch einen Streifen stehen lassen lieber ein bisschen mehr als zu wenig so automatisch ist klar dann wäre erstmal fertig und das ist eigentlich eingeschaltet gewesen so Teller Höhe anpassen also dieses Bereich wo er aufkuppert machen wir ganz ordentlich Dünger wird hier reichen ist eigentlich an ne ich muss jetzt gucken ob wir wirklich alles so rau ne dass wir jetzt einen Verbrauch zu sehen ne also sagt gut schon der Dünger will nicht warum der Dünger nicht gibt's doch gar nicht kann man nicht erlauben oh Dünger dann können wir auch kein Dünger kaufen ne so euer Versuch so Bremse nochmal nachschauen anschalten hier haben wir ein bisschen viel gehen rund auf 350 so Tee und runter er geht nicht raus Gernse sagt gut geht wahrscheinlich mal ne extra mehr separat machen kann sein und ja geht Dünger auch komischerweise ist das so ja der braucht den Schwung ne sonst kommt er hier in der Quere also kriegt die Quer ja wie gesagt äh nächstes mal müssen wir hier mal wenigstens grob durchziehen ne dass wir die doppel prinzip wegbekommen ne im Grunde müssen wir die Textatur äh Textatur ändern durch äh Gruppe ne muss ich mal halt eine Nacht durcharbeiten hier Anführungszeichen ne die Aussaat ist ja auch schon langweilig im Prinzip Anführungszeichen ne aber ja ich weiß auch nicht genau ne das so ziehend ist ich weiß auch nicht so da haben wir uns eh nachher hinkriegen hier gute 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 Sache hier ja wie gesagt teilweise und keine Glück gehabt dachte ich nicht weg der Bomat Junge so ist eingestellt er hat Probleme er ist zu schwach wahrscheinlich auch zu rutschen ne also hier die Stoppeln sind echt ja Traktor ich hab nicht getankt ne ja dann werden wir mal über Tanken fahren ne 13 Liter ist äh nicht viel ich hab nicht getankt so ja wir müssen tanken fahren nix das bringt nix mit 13 Liter da kommen wir nicht weit äh die Automatik dann ausschalten so das lässt sich gar nicht er lässt sich nicht teuer wenn das Menü auf ist wir irgendwo im Boden wird gestreift steigen oder sowas garantiert teuer werden die Temperatur nach der Ernte beziehungsweise wir Geld verdienen haben ne ja ich muss auch noch Geld haben für einen Drescher und man gut wir haben noch 5000 Liter Brocken im Lager paar Mäuse verdienen vielleicht einen kleinen Kredit zur Not ne also von 30.000 das wäre vielleicht machbar dann müssen wir wiederum das Geld auf Konto behalten weil das müsste zurückgezahlt werden ne das ist eine böse Falle für wir fahren mal links ran und dann wenn nicht klappt dann rechts ein Drescher war ja auch so ein prima wir haben sie dieses geht auch anders jahr aber nur Diesel zwar 1 Euro nutzt hier auch nichts ich brauche es ja spätestens zur nächsten Ernte ist da zu merken oder hier wenn man umfällt stehen bleibt noch teurer und pass hier auf kann da keiner hier ist ganz schön groß für einen Bauern wo ist die Bäuerin wäre zumindest eine kostenlose Arbeitskraft den ersten Kochen mögen wir uns hier nicht oder hier waschen und so gibt es ja hier nicht allgemeine Kosten fürs Lebensverhalt gibt es hier auch nicht ist ja eigentlich auch logisch dass irgendwas was kostet oder in der Theorie wenn wir praktisch in der Woche arbeiten würden weil es ja hier so ein Nehmerwärtsbauer sein würde hätten wir ja prinzip ein festes Einkommen mehr oder weniger und würden vielleicht ein bisschen sparen vielleicht ach voller Tank du ja Hammer ist ja wir hätten auch nicht so einen Film gesehen hier mit diesen hier wer ist denn da gleich keine Ahnung 1,2,3 ist woher hier die fliegende Rüstung oder fliegende Waffe kann man sagen kommt mir der Name nicht ein aber wie immer so hieß die Rüstungsfirma Hammer auch nicht schlecht und hier ist das Ding auch Hammer also Hammer ist im Prinzip wo sie keine Lizenz für haben wahrscheinlich müssen dafür was bezahlen keine Ahnung das weiß ich nicht so im Grunde könnte jede Firma froh sein wenn sie zum Beispiel Werbung bekommen würde so gucken ob wie das klappt ja es geht ja Gas geben nicht 10 müssen mindestens 15 an 16 kmh fahren um die 18 kmh normalerweise btml ist auch da ist es genau eingestellt da kann man nicht raus 1,2,3,6 oh 1,2,3,6 1,2,3,6 oh oh 1,2,3,6 das sieht gut aus habe ich mir ungefähr in Vorstellung was ich am Abend so machen möchte von der Anzahl her hat es schon wieder Regen nein nasses Frühling aber gut eine fällt fertig und andere fertig muss ja aber er geht auch ohne ne Gruber durch wahrscheinlich würde der Ertrag dann anders sein aber hier bergauf hat das zu tun rechner auch wenn ihr das hören könntet die Lüfte aufheult ja das mag das nicht also hier zu nass ist leicht bergauf ich kann auch nicht erkennen ob hier Allrad zu erkennen ist die hinterher dreht mehr durch was die Frau drin das sind die wie der Ballrad müssen wir bei der durch Rennen also mehr oder weniger so wie jetzt so dem meines Allrad würde ich behaupten das kann man hier auch nicht erkennen parken blicken kann man erkennen muss ich aber nächstes mal probieren dass wir außen rum fahren dass wir ohne dass wir da mal nur bergab fahren so t und ja normalerweise wird man sagt später reingehen aber ist auch tag mit regn verbunden dass er nicht so recht will oder kommt man nur so vor jetzt gerade so die schaue heute ist die zeit wieder um erstaunlicherweise ich muss nicht zurück zum hof dann seid mal schüß noch mal ein tickes dankeschön muss reinschauen vielleicht sehen wir uns mal wieder ich bin da schüß schon Vielen Dank.